Die Ante spielen so viel Serverkommunikation passiert, was die nicht nachbauen können. Oder das müssten sie halt nachbauen, damit es auch mit einem Crack funktioniert. So, ich muss dich noch entweiten, ne? Da war keine Übersicht gerade. Du hast aber... Kann dich nicht einladen. Echt nicht? Warte gleich, ich mach nochmal neue hin. Du hast aber... Jetzt. Kein schwarzes Bild, oder? Ne, alles gut. Ich habe im Menü überhaupt den Spielstand ausgesucht. Resident Evil hat echt ganz gute Kritiken bekommen. Hä, ich habe drauf gedrückt. Und es passiert nichts. Ah, okay. Drück nochmal. Ich war zwischendurch rausgetappt, vielleicht. Ich glaube, das Sarah. Ja, jetzt habe ich Continue gedrückt. Weil zum Beispiel Dishonored 2 ist noch nicht geknackt. Okay. Lädt er schon, oder? Warte, ne. Noch auf Start drücken. So, mal gucken, ob ich meine Schlangenlederhose noch anhab. Ich weiß gar nicht, was wir bauen wollten. Einen Rockholder können wir noch bauen? Ne, wir wollten irgendwo hingehen. Glaube ich. Aber dann haben wir gesagt, komm, machen wir morgen. Wir können ja auf jeden Fall... Ich weiß nicht mehr, wo wir hingehen wollen. Also wir haben... Die eine Sache, die wir machen wollten, war ja die... Schildkrötenpanzer holen. Die haben wir geholt. Hm, das andere? Keine Ahnung. Ich habe meine Rüstung an. Ne, ich bin noch nicht drin. Das dauert einen kleinen Moment noch. Wie heißt der Freund von Timo, oder ist das sein Bruder? Das ist sein Bruder. Okay. Wie heißt der? Ich bin mir nicht sicher. Entweder Sven oder Sascha. Okay. Dann nenne ich ihn Marco. Okay. So. Ich habe dir gleich alle Bären schon weggefuttert, wenn du joinst. Ne, ich habe auch an. Ah, fett. Ja, geil. Dann speichert er das mit. Okay, warte mal. Ich würde gerne mal Third-Person-View machen, ob ich viel anhab. Hast du? Weil ich habe den Balken schon dreiviertel voll, so. Du hast mein Advanced Spear, ne? Ja, den habe ich in der Hand. Okay, ich nehme den in der Hand. Nö, alles gut. Ich lasse nicht draufgehen und der dann. Ist ja scheißegal. Welches ist unser Waffenhalter? Ist das der drin? Der Waffenhalter ist drin, ja. Ich hätte Lust ein paar. Man kann auch aus den Kanickeln irgendwas Geiles machen. Ich weiß nicht. Irgendein Stoffbeutel. Ich gucke sie gerade dabei an. Wie viele sind da drin? Boah, sechs oder so? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben sogar. Und alle die gleichen Animationen. Das hängt scary aus. Ach so, einen Sub-Collector wollen wir den mal probieren? Hä? Ich esse was und mein Magen wird nicht voller. Doch, jetzt langsam. Ein Sub-Collector? Ja, stimmt. Können wir machen. Dafür braucht man so einen Topf. Ich weiß nicht, woher man den kriegt. Weiß ich auch nicht. Ich stelle mal noch ein Seil her. Woher kriegt man Kleidung eigentlich? Aus Koffern. Okay. Ausschließlich. Ich glaube, ja. Ach, jetzt habe ich erst gefunden, man kann Tab drücken im Spiel. Ja, stimmt. Dann kann ich dich kicken und bannen. Sehr gut. Ich muss mir mal ein paar Vögel besorgen, damit ich mir Pfeile bauen kann. Oh, da ist ein Lizard. Haben wir eigentlich ein Bett? Ne. Gibt auch, glaube ich, nicht so ein richtiges Bett. Da braucht man vier Karnickel für. Für ein Bett? Ja. Oder ein Stuhl. Zwei Karnickel. Okay. Aber ich brauche erstmal ein Vögelchen, was ich schlachten kann. Oh, hier ist irgendwas drin. Oh, ein Karnickel. Hey, der Dings ist voll hier. Was, der Getränke? Ne, der Karnickelhalter. Ich habe es Karnickel verengelassen. Ne, ich habe es getötet. Ich habe es getötet. Kannst du auch die Haut nehmen. Ich habe es auch getötet. Ah, für einen Bärenbeutel braucht man zwei Karninchen. Frenzy guckt im Stream zu und sagt, dass Abus Bruder Sven heißt. Okay. Franziska. Ne, ich werde auch nicht so, wir werden heute mal nur bis zwölf machen oder so und dann werde ich auch ins Bett gehen. Was ist das hier? Achso, das ist eine, was hast du da in der Hand? Ist das ein Karnickel? Ja, ich will das. Jetzt hast du es auch getötet, was? Man macht einfach mit links klicken, ne? Ja. Ich wollte zwei so eine Häuter haben. Liegt es tot auf dem Boden. So, ich brauche Vögel. Ich habe aber nur ein Rabbit fuhr. Fur. Fur. Was ist denn das? Fell. Warum nur eins? Weiß ich nicht, weil du nur ein Rabbit getötet hast, oder? Ne, ich habe zwei getötet. Okay. Dann nehme ich noch eins. Dann liegt da nur noch das Fleisch. Okay, komisch. Das ist ja scheiße. Digga, wo sind die scheiß Vögel? Da hinten ist ein Vogel. Mal ficken. Ich gucke mal hier drüben unsere Karnickelstelle an, ne? Also diese Fangvorrichtung da. Okay. Sind beide noch offen. Hast du Federn? Drei oder so. Ich habe keinen einzigen Pfeil, alter. Ja, komm her. Ich kann dir Feuerpfeile auch geben. Ne, ich brauche normale Pfeile nur. Das noch mit der Schale. Ja, und das kombinierst du mit den Sachen. Kann nur alle reintun, glaube ich. Ne, glaube ich nicht. Wo bist du denn? Wenn du mal rechts klickst und dann sind alle drin. Wo bist du denn da? Aber vielleicht kannst du die dann einzeln rausnehmen. Dann presente mal. Digga, jetzt sind alles keine Feuerpfeile mehr. Eben waren es alles Feuerpfeile und jetzt nicht mehr. Ah, hier ist wieder zu. Hier ist ein Vogel. Alter, bist du gesprungen. Ich sehe, da ist nichts drin bei mir. Ja, jetzt habe ich auch einmal 16 Pfeile. Moment. Lass noch ein paar mal machen. Jetzt habe ich 21 Pfeile. Ernsthaft? Ist das ein Glitch? Anscheinend. Dann schieß mal ein paar Pfeile in den Baum einfach. Ja, stimmt. Das kann ich machen. Aber erst, nachdem ich noch mehr gemacht habe. Ja, jetzt habe ich 30. Ich glaube, das ist das Maximum. Nimm den hier. Ja, warte. Frenzy fragt, warum ich den Waran töten musste. Weil du ein Monster bist. Ja, auch Spaß an der Freude. So, warte. Versuch die auch mal zu glitschen. Wie funktioniert das? Ich nehme das Behältnis und die Pfeile. Wie beides mit Rechtsklick aus. Warte, ja. Ja. Dann nehme ich es in die Hand. Also kombinieren? Ja. So, und das nehme ich dann in die Hand. Okay, so. Und jetzt ist da nichts drin. Bei mir steckt ein Pfeil so drin. Dann guck noch mal ins Inventar, ob es mehr geworden ist. Ich habe immer noch 5 Arrows. Also du hast die... Achso, ich habe es aber nicht so richtig equipped anscheinend. Also du machst alle Pfeile rein. Ich mache es... Rechtsklick auf die Schale. Ja. Rechtsklick auf die Arrows. Ja. Und dann klicke ich links auf die Schale. Warte mal. Dann ist die Schale bei mir leer. Und ich habe 5 Pfeile mehr. Okay, warte mal. So, du machst rechtsklick auf die Schale, rechtsklick auf die Pfeile und dann linksklick auf die Schale. Ja. In der Mitte dann, ne? Okay. Ich habe immer noch 5 Pfeile. Und stecken die da alle drin? Ne, die sind ja nicht in der Schale. Meine Schale ist nämlich leer. Ja. Wenn ich sie dann in die Hand nehmen. Ja, pass auf. Ich mache... Ja, meine auch. Weil du sie nicht... Du drückst nicht auf das Zahnrad. Ne, genau. Du drückst irgendwo daneben. Das equipped draufsteht. Genau. So, da drück ich drauf. Dann ist meine Schale leer. So, dann gehst du wieder ins Inventar. Die Schale liegt da, wo sie immer liegt. Und ich habe 5 Pfeile. Okay, krass. Mach das noch ein paar Mal. Erstmal schieße ich die hier gegen, dass du sie sammeln kannst. Nicht so hoch. Ich bin klein. Das ist gut, können wir uns das Vögeljagen sparen. Ganz schön anstrengend. Warte mal, vielleicht... Ich probiere das nochmal mit. Mit mehr. Ja, ich habe jetzt... Das geht jetzt auch. Jetzt habe ich 15 Pfeile. Hey, Mann. Jetzt habe ich 20, ja. Aber alle meine Feuerpfeile sind weg. Das ist natürlich schade. Ja. So, 30 Pfeile ist Maximum, oder? Ich glaube, ja. Ich habe dann aufgehört. Nein, mit den anderen Sachen geht das nicht. Vielleicht geht das mit Mollys. Achso. Nee. Geht anscheinend nur mit so Sachen, die gestackt sind. Warte mal, damit vielleicht? Nee. Nee. Von mir aus können wir irgendwas jetzt noch ausbaldobern. Okay. Hast du die Schalen ausgetrunken? Nein. Da ist ja mega wenig drin. Ja, es regnet ja auch nicht immer. Oder voll wenig. So, wo wollen wir hin? Egal. Wollen wir mal in diese Richtung hier? Ja. Achso, was ist Sab Collector? Das will ich nochmal sehen. Was braucht man dazu? Irgend so eine Schüssel, ich habe das nicht verstanden. Wo ist der denn? Und das wurde mir auch nicht angezeigt. Ja, unter Tools oder? Food and Water. Basic Sab Collector. Ja, Utility Structures. Items. Ja, ein Eimer. Wo kriegt man denn den her? Komisch. Ein Eimer mit Deckel, ne? Oder so. Weiß ich nicht. Also so ein... Also so ein... Das heißt ja nicht Eimer, Topf. Aber lass auf jeden Fall mal ne Bank bauen, oder? Ne Wood Bench. Ja, komm. Lass erstmal ein bisschen. Ach, ich weiß. Warte, ich... Was weißt du? Ich kann das hier einfach platzieren. Ich baue nochmal ne Bank hier hin. Doch schön. Hier ist doch gut. Oh, hier ist ein Kanickel. Schon wieder eins reingelaufen. Da hinten auch. Ne, hier ist nichts. Guck, jetzt haben wir ne Bank. Die sieht nett aus. Oh, ich guck ihn aufs Haus. Eigentlich was andersrum gedacht. So, jetzt liegt das daran von wo ich... Ja. Kann da nur einer sitzen? Weiß ich nicht. Kannst du nicht links neben mir sitzen? Ne. Du sitzt genau in der Mitte. Okay. Sorry. Frechheit. Keine Absicht. Soll ich mal den Sub-Collector hier nehmen? Es ist alles Fleisch aus dem Dingsgef... Ne. Das Feuer ist einfach kaputt. Muss man den Sub-Collector irgendwo dran befestigen? Der ist so auf halber Höhe. Wie ist denn das? Der sammelt Harz, oder? Ja, ja. Mach den doch an den Baum, wo du dein Baumhaus dran hast. Wo es auf jeden Fall nicht... Ah, hier geht's. Wo es nicht abgeholzt wird. Da geht's nicht dran. Okay, dann mach ihn. Rücken probieren? Da auch nicht. Der macht das an dem großen, wo es geht. So, jetzt brauchen wir nur noch die Dinger dafür. Einen Eimer. Willst man, oder kann man sich den herstellen? Weiß ich nicht. Hier ist schon wieder... Alter, hier ist schon wieder ein Kanickel drin. Die gehen gut hier, die Dinger. Auch hier noch zum meditieren, was in Wald. Was zum meditieren? Ja. Was denn? Oh, da ist schon auch zu hier. Und noch ein Kanickel. Ich baue mal noch eine... Oh nein, ich hab das Kanickel freigelassen. Ich baue mal noch ein Kanickel-Käfig, ne? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 stream von regal läuft einer mit einer fackel im volksprin ja hier hinten laufen auch welche bei uns ich sehe auch welche hier mit fackel im wald kombinieren schlaf stefan ja bist du am start hier ja okay schlafen guck mal du kannst du jetzt mal den den denkst holder hier den stein holder angucken aber ist erstmal was muss erstmal wieder zu da ist ein paar bären wo keine märter ich habe alles gestern schon weggenascht schlagt dass wenn da keine bären mehr sind schlagt das ding kaputt warum kackst du dir nicht nach also wenn die ich glaube wenn die einmal weg sind nicht lass doch einmal probieren zu warten digga nein wieso esse ich das was denn was vergammelt ist nee das ist anscheinend so nimmt man das das soll da drauf kommen wir ja mein gefällten baum eingesammelt okay was wolltest du jetzt machen ich will das ding noch fertig bauen okay was brauchen wir dafür baume einfach ja auch 20 baum stemme okay ich fäll hier oben ein bisschen also hier zwischen den dingern wir können uns überlegen ob wir wirklich so einen komischen lasten schlitten bauen wollen wir hier oben kurz bäume schieten ja können wir machen okay ja warte ich bringe noch bäume dazu ich nehme jetzt zwei auf und greife immer zwischendurch ein stein habe ich sehe dass er auch gerade einen in der hand aber es funktioniert glaube ich ist auch gerade gut geflogen ne gar nicht so sehr brauchen ein bisschen was ein und weiter alter alter was passiert ich bin hochgegletscht worden ja alles gut ich bin hochgegletscht worden ja alles gut okay wir brauchen nur noch fünf insgesamt das war es ne alter ich bin tot ich sterbe nicht aber ich bin so gut wie tot ich muss mir märz rein drücken haben jetzt genug ja du hattest auch zwei alte hauptsache ich fliege immer so okay aber das auch als zu hause bin ich will hier unten diesen diese büsche hier wecken haben aber die abfackeln ach so da brennt das haus ja mit ich glaube aber was steht da ach so da soll man nicht draufschlagen okay öffnung zur falschen seite ein bisschen naja alles gut das ist ein gazebo okay ein placebo ja man kann stein weg bauen ein stein weg ja okay probieren wir von wo nach wo ach so das war verkehrt glaube ich naja ja keine ahnung bin das sinnvoll ich mach erstmal bis hier oh quer durchs blumenbeet das war ja kacke weg damit ich sehe das gar nicht äh hier ist es noch ich will das hier weg haben man da ist unser stein wir hinten ist geil äh hier ist es Ach so, wir sollten das vielleicht zusammen machen, weil ich baue hier gerade... Ich guck mal, wie das aussieht, wenn ich hier Zäune baue. Du mit deinen Schneeschuhen, Alter. Ist hier schon der Weg? Ja, ich habe angefangen zu bauen. Warum ist der im Feuer? Ja, den habe ich hier schief bauen müssen, damit es passt irgendwie. Ja, man kann nur fünf Steine gleichzeitig tragen. Ja. Der geht doch nahtlos hier ran ans Feuer, ist doch super. Boah, man kann Katapult bauen. Wir müssen gleich nochmal ein paar Eingeborene fangen und ins Feuer werfen. Einer fehlt scheiße. Ich glaube zwei, oder? Ach so. So, einfach nur, dass man hier nicht ans Haus kommt. Ja, ist gut. Kann man noch ein größeres Haus bauen eigentlich? Ich glaube schon, du kannst ja auch kein Custom bauen. Ja, weil das war ja auch nicht ganz billig hier. Nee. Hier hast du noch einen Zaun, ne? Ja. Keine Knochen mehr. Kann ich irgendwie meine Axt mit einer Schnelltaste auswählen? Nee. Wo die, das Feuerzeug geht, ne? Ja. Ich mache hier mal ein paar Pflanzen wieder rein, ne? Ich habe die anderen jetzt niedergestreckt. Oh. Wie macht man sich noch eine bessere Axt? Das will ich mal probieren. Äh, du kannst die Axt mit kombinieren, dann siehst du das. So, da kannst du Burning Plane Eggs machen, da brauchst du Stoff für. Ein, ein Stoff. Ja, was bringt der Burning? Ich glaube, da kannst du die anzünden. So, ist das gut? Weiß ich nicht. Und Orange? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist. Extra Burning. Beat und Damage, aha. Ich weiß aber nicht, wie man das zu kriegt. Das ist doch bestimmt dokumentiert. Ne, ist nicht dokumentiert, aha. Doch da, Handmade Eggs mit Rope und Stick. Achso, das ist die selbstgebaute. Ich habe eine Fackel. Kennst du wahrscheinlich schon, ne? Eine Fackel? Ja. Äh, ne. Siehst du? Ich sehe dich gar nicht, wo bist du da? Geil, was ist das, ein Stick, Cloth und das für Alkohol? Ja, das war's. Ne, brauchst du nicht mal Alkohol. Okay. Und geht die runter, also wird die schlechter? Sehe ich noch nicht. Aber es ist gut, wenn man mal in der Höhle ist. Ja. So. Warte mal, was kann man mit Aloe Vera machen? Metz. Was brauche ich dazu noch? Ah. Ah, okay, geil. Tricep kann benutzt werden, um... Digga, irgendwas kann man mit den Zähnen und der Axt machen. Mit den Zähnen? Ja. Ich will mal ein Seil zu machen. Keine Zähne mehr. Seil ist es nicht. Ja, Mann. Ich habe jetzt eine bessere Axt. Wie denn? Ich habe die mit, äh, Tricep. Und 10. Ne, äh, Tricep. Und, äh, Boost. Und da stand dann, dann ist sie ein bisschen besser, keine Ahnung, was das ist. Ach so, nur Boost reicht schon aus. Ja. Rotate using moving keys. So, und was ist das? Und du kannst aber auch Tricep und Zähne nehmen, dann wird sie auch besser. Ja, aber ich weiß nicht, was das soll. Ah, Digga, ich kann da irgendwas... Ah, dann wird, wenn du Boost machst, wird sie langsam aber mehr schaden. Ja, ich hab, man kann dann auch irgendwas dran machen. Ich hab vorne... Guck mal, siehst du das bei meiner Axt? Ich hab vorne an die, an die Klinge irgendwas dran gemacht. Vorne bei mir an der Klinge, die zu mir zeigt. Da sind jetzt solche... Ich weiß gar nicht, was das ist. Ne, das seh ich nicht. Okay. Ich hau mal hier solche Dinger weg. Solche Vögel. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was sie richtig bringt. Ich will eine aus Titan. Ich muss mal noch was essen hier. Kannst du eine schnellere Axt haben oder eine, die mehr Schaden macht? Digga, das... Das Feuer glitscht. Wenn es nicht fertig ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich habe lauter Federn dran gemacht. Okay. Was sollen Federn? Ist sie schneller dann? Oh ja, das sehe ich, ja. Ah, bei dir sehe ich es jetzt auch. Vorne. Das sind irgendwie... Ich habe nur so kleine Splitterchen oder sowas da dran, ne? Meine ist jetzt schneller durch die Federn. Okay, pass auf. Wenn ich... Ich habe jetzt auf der... Aber macht weniger Schaden. Ja, ich habe auf der... Also ich habe 2, 4, 5 und ein bisschen Speed. Bei der Axt. Was hast du? Ich lese dir gerade die Stats meiner Axt vor. Ich habe 6 Speed und 4 Damage. Okay, ich habe... Und 2 Block. Ich habe 4,5 Damage, 2 Block und 2, 4, 5... Fast 5,5 Speed. Okay. Alter, das ist ja viel besser. Lass mal... Und ich kann nicht da auch noch reinkloppen. Aber dann geht Speed wieder ein bisschen runter, ne? Weil die Axt dann besoffen ist. Wie Boost hast du? Ich habe nur 3. Äh... Ich habe gar keinen mehr. Wir müssen mal ein paar Koffer... Köfferchen aufschlagen. Oh, da unten läuft einer beim Flugzeug. Sonst schneller. 2. 3. 3. 4. 4. Was upgradest du gerade? Meine Axt. Kannst du dir gleich mal angucken. Ich haue alle Zähne drauf, die ich habe. Ich habe keinen einzigen Zahn, Alter. Doch, du hast Zähne drauf gemacht, Alter. Was war denn das sonst? Keine Ahnung. Isst du das? Warte, ich will noch mal gucken. Was kann ich noch dazu packen? Ein Skull? Nee. Ich kann nichts richtig kombinieren damit. Obwohl Federn, sagtest du, ne? Ja. Oh ja. Siehst du das? Ja, warte. Gleich. Ich habe jetzt bei beiden etwa 5,5. Bei beiden 5,5. Guck mal, meine Axt. Am Griff habe ich die. Sieht man das? Eine Feder sehe ich. Ne, zwei. Drei, ja. Okay, warte mal. Aber das andere ist jetzt wieder ab, ne? Ne. Ach ne, da. Ach so, das sieht man nur im Licht so ein bisschen. Ja, so, ich habe 3 mal 10 oder so. Also ich habe 2, 4, 5,5 Speed, 2, 4,5 Damage und 2 Block. Ja, okay. Bringt nicht so mega viel, ne? Ne. Aber sieht witzig aus. Hier, warte mal. Ich will hier noch die Steine eben einbauen. Wenn wir noch ein paar eingeborene schlachten, mache ich die noch besser. Ja, auf jeden Fall mit. Mit Trees App. Guck mal hier, warte. Was? Guck mal. Warte, ich bin im Inventar. Ach so, ich habe dich mit einem Steinchen getroffen. Ach so. Weil manche Steine sind ja so klein, weißt du? Die kannst du werfen. Bist du immer noch im Inventar? Ja. Alter, guck mal, ein Regenbogen. Oh, jetzt ist er weg. Halt dein Maul. Ernsthaft? Ja? Ja. Was ist denn ein Repair-Tool? Was kann man mit den Watches machen? Was will ich machen? Ah, Katastrophen-TV. Sorry, ich habe nicht hingeguckt. Und Teil Sidious und Murphy MCX. Hey, was geht? Ich habe das nicht gesehen. Sorry, Jungs. Und Katastrophen-TV. Danke für ein Follow. Vielleicht kriegen wir heute ja sogar noch unsere 100 voll. Ich war so vertieft ins Axt-Upgrade. Was sagst du, Mausch? Ich will ein Explosive mal bauen, aber ich weiß nicht, was ich dafür noch brauche. Die Uhr und so einen Chipsatz und... Ich habe einen Chipsatz. Ich habe mehrere Chipsätze. Ja, ich auch. Und Uhr... Warte mal. Einen Flare Gun will ich bauen. Willst du eine Simple Bomb bauen? Da brauchen wir einen Circuit Board, Alkohol, Coins, eine Watch, Treceps. Ja. Achso, einen Treceps braucht man noch, um eine Sticky Bomb zu machen. Das ist geil. Ja, Mann. Ich habe noch 100 Treceps. Ich habe... A-Sap, nur noch 45. Ich wollte, dass sich Bäume fällen, oder? Ja, ich glaube ja. Ähm, wollen wir uns hinlegen? Ja. Und dann in allerfrüh aufstehen? Was sagen die... Die Rammler hier? Es ist noch irgendeiner zu fangen. Alle Dinger nach oben, ja. Ich hätte gerne deren Fälle. Können wir ja gleich nehmen. Ja, aber geht ja nicht. Hä, ich kann doch nicht schlafen. Ja, auch nicht. Ich habe gerade erst geschlafen. Ich bin noch gar nicht müde. Ja, Murphy, MCX, jo, alles cool. Und selbst? Achso, der Weg ist so. Ich dachte, man muss auf diesem Dings hier bauen. Auf diesem... Auf diesen einzelnen laufen. Aber das ist ja richtig geil. Das ist ja eingesäumt von dem. Murphy, spielst du das auch? Oder wie kommst du dazu, bei... The Forest zuzugucken? Alles muggelig. Liegst du schon im Bett und guckst, oder chillst du zu Hause? Ich kann immer noch nicht speichern. Alle Knochen weg, das ist krass. Ja, wir müssen mal wieder ein paar... Auf die Jagd gehen. Wollen wir doch nicht im Dunkeln gehen? Da kommen doch bestimmt mehr. Na, lass die tagsüber. Ich habe eine Fackel, Digga. Ja, ich habe keinen Bock im Dunkeln. Da kacke ich mir ein. Ach komm, lass probieren. Nein, ich will nicht im Dunkeln. Esst noch einen Happen und dann los. Ich will nicht im Dunkeln. Oh, Digga. Jetzt habe ich gerade was gegessen, ey. Dann bin ich morgen wieder... Ja, und? Das ist schlecht, bevor man schlafen geht. Ja, ja. Kannst nicht auf dem Bauch schlafen, ne? Ja. Das kann ich sowieso nicht. Tut weh. Murphy, kann man das denn richtig durchspielen, das Spiel? Es ist doch so, dass... Das ist doch so unendlich eigentlich, oder nicht? Digga. Hast du noch einen Lizard? Oh, Digga. Digga, die stehen hier bei uns im Lager. Guck dir die mal an. Alter! Lass ins Haus. Eieiei, ich gehe lieber schlafen jetzt. Warte, ne, ich nehme mir jetzt Pfeil und Bogen und penetriere die von hier. Wir können die ja ficken. Hier, du Olle. Wir haben ja ordentlich. Zacken ab, Alter. Ist die geistig. Boah, wie eine schöne Wurste. Die hat ein Loch im Hals. Ja. Jetzt der Häuptling höchstpersönlich. Ich sehe, zwei Typen sind da noch, ne? So einer hat mich mal angefallen lassen. Digga, die sind auch hier vor der Tür. Ja, wir lassen sie nicht rein, würde ich vorschlagen. Aimst du das Fenster ab, dann gehe ich an die Tür. Hä, die kommen doch nicht rein, oder? Digga, lass sie zu. So, es gibt eine Geschichte. Oh, er ist hier direkt vor dem Fenster. Wir haben uns noch nicht mal um den... Ich will ihm auch ins Gesicht schießen. Wir haben uns noch nicht mal um den Jungen, den sie da entführt haben, gekümmert. Alter, wie viel hält der aus, ne? Gegen den haben wir alleine einmal gekämpft. Das ist ein richtiges Stachelschwein gleich. Hier sind aber auch zwei von denen gewesen. Oh, ich habe einen Pfeil verschossen. Ich muss gleich wieder welche glitchen. Oh, geil. Hier ist noch einer. Ja. Der ist tot. Ja, der wollte wegrennen. Kann ich meine Pfeile von hier aus einsammeln? Juhu. Jauber. Ich lasse den erst mal. Was habe ich hier? Ich habe ihn am Wickel, ne? Was? Ist rausgelaufen, Alter. Wo ist denn die Olle eigentlich? Hier liegt sie doch. So, der Typ, der zweite? Den habe ich hier reingetragen. Durchs Fenster. Achso, okay. Ah, geil, okay. Also, Murphy meint, dass das Spiel richtig nice ist. Also, auch mit... Hast du noch... Warte mal, ich mache mir mal ein neues Feuer, damit wir die mal backflamen können. Die Boys und Girls, die hier rumliegen. Ich will die nochmal umdrehen. Geht nicht. Ja, wir proben uns jetzt nur ein bisschen hier an dem normalen Modus aus. Ein bisschen rumgammeln. Soll ich es hier drauflegen? Ja. Einfach rein. Alter, nimm doch die Pfeile vorher weg. Ich habe die weggenommen. Hier sind doch noch welche. Ich kann keine mehr tragen. Ich kann auch nicht. Hä, haben die... Hä, haben die sich gegenseitig beschossen? Ich habe auch 30. Warte mal, hier lag doch irgendwo... Hast du jetzt zwei raufgelegt schon? Nee, einen. Achso, okay. Jetzt kommt der Häuptling. Ja, wir haben uns hier nur unser kleines, kleines Ding hier gebaut. So, um das mal auszutesten. Wir haben das auch erst jetzt drei, vier Tage. Haben wir nicht auch ein Pfeilbehältnis? Ja, nee. Ich glaube nicht. Los, werde zu Knochen. Ja, die brauchen ein bisschen. Ich muss das Equipment finden, wie Kletteraxt und Tauchgerät und so eine Karte und dann kannst du durch die Höhlen ins Endgame. Okay, nice. Ja, von dem Tauchgerät habe ich auch schon gehört. Da sind sie schon zersplattert. Geil. Hast du den Kopf eingesammelt? Ja, aber wieder fallen lassen, weil ich fünf Köpfe habe. Kannst du noch den Sound fertig machen? Dann nehme ich hier den Rest von den Knochen. Und diese Pfeile, die hier in der Luft rumglitschen. Okay, Stinks ist fertig. Ich packe den Rest der Knochen in den Knochen hole. Das waren gar nicht so viele, Alter. Warte mal, aber man kann doch ein paar Pfeile auch aufs Rack tun, oder? Ich glaube, es gibt ein extra Waffenbehältnis. Stimmt, es gibt einen Köcher für Pfeile. Ich gucke mal. Bei Storage. Wo ist das? Da. Storage, Stickholder. Nein. Arrow Basket. Okay. Den tue ich hier direkt neben die Tür, ne? Ja. Okay. Da brauche ich noch ein paar. Dann können wir den kurz vollglitschen. Eine Pistole und einen Schrittzähler. Geil. Da kann man anderen Leuten... Ah, das ist wahrscheinlich für die Karte wichtig. Um zu sagen, so und solche Entfernungen zu messen und so. Wo ist denn der? Murphy, was spielst du denn sonst? Der ist rechts neben der Tür. Murphy, was spielst du sonst für Spiele? Alles Survival? So, ich mach mal nicht alle. Ich mach mir noch ein paar. Hast du schon rausgefunden, wie man sich Pfeile glitscht, Murphy? Murphy, wir haben uns nämlich gerade Pfeile geglitscht. Man gewinnt immer fünf Pfeile dazu. So. Mach mal voll das Ding. 300 Pfeile rein. Jetzt ist es voll. Ist es voll? Ja. Dann mach ich mir wieder 30 in den Köcher hier. Schau. Oh, es geht nicht mehr. Doch. Ach, da geht das noch. Ja. Ja. Ja, ich bin fertig auf dem Pott und gehe ins Bett. Bissl an der Ollenfummel. Bissl an der Ollenfummel. Bissl an der Ollenfummel. Hä? Warte, dann war draußen einer. Na gut, ich komm. Ja, cool. Danke, Murphy, für den Follow. Warte. 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 Okay. Okay, perfekt. Ich esse was. Hier müsste ja... Ach, warte mal. Guck mal, ich habe ein ganzes Kanickel da drauf gelegt. Warte, wir müssen nochmal ein bisschen was hier nehmen. Ich bin satt. Ernsthaft? Ja. Ich habe den Arm gegessen. Okay, und der ist gut. Der ist gut, der macht richtig satt. Ich muss noch was trinken. So, Getränk ist am Stissel. Ich hänge nochmal hier ein bisschen von dem Essen zurück. Okay, so. Von mir aus wollen wir mal in diese Richtung und dann an der Küste oder hier hinten längs. Ja. Wo bist du? Hier. Ja. Ja. Wir dürfen nicht so mega viel rennen. Warum? Weil sonst Starni mal weg ist, oder? Aber das lädt sich doch wieder auf. Ja. Und der Braubalken muss gleich hoch sein. Du spielst gerne so wie Quake. Über dem Jumpen? Ja. Alter, siehst du den Berg da hinten? Der sieht krass aus. Oh ja. Es gibt hier auch irgendwo so ein richtig krasses Loch im Boden. Wo man rein kann. Alter. Lass mal da vorne hin. Da sind diese, da sind noch, das war was wir von den Containern gesehen haben. Diese zwei Kletterdinger. Und da waren auf dem anderen, waren, äh, was ist das denn da für ein crazy Baum? Guck mal, unsere Schatten, Alter. Ja. Dein Schatten, das sieht aber komisch aus. Ach nee, das ist, hä, doch. Bei mir ist da eine Lücke. Also, dass da drunter Sonne ist, macht keinen Sinn, ne? Ja. Ich wüsste gern echt, ob es dann nochmal hier ein paar Gliedmaßen einsammelt. So. Das waren aber nicht unsere, ne? Ne. Ne, unser Schatten da hinten irgendwo. Kletterst du auf den oder auf den anderen? Was soll ich? Ich kletter auf diesen. Oben ist manchmal ein Dings. Hey, ich kann da nicht draufkletter. Doch jetzt. Wo guckst du hin? Ich kletter jetzt. Ja. Ach so, ich weiß nicht. Unten auf dem Seil habe ich geguckt. Ist ein Tennisball und Geld. Na, jetzt habe ich es noch. Das ist gut. Mit dem Tennisball kannst du mich gleich bewerfen hier drüben. Warte. Geld hast du? Coins? Geil. Runter gefallen. Ne, Cash leider nur. Ich brauche hier, ich habe hier einen Schokoriegel. Ich muss mal einen essen, Alter. Sonst kann ich die nicht einsammeln. Ne, hier war nur Schokoriegel drauf. Jetzt lasse ich wieder die Hände glühen. Hauptsache Talcidius hat geschrieben, netter Porno-Balken. Ach stimmt, er hat ein paar Tipps zum, zu der Axt gemacht. Federn dran machen, wird sie schneller. Ja, und Zähne. Genau, Zähne wird ein bisschen mehr Damage. Und da hat er geschrieben, hallo, weil ich nicht geantwortet habe. Sorry, Jungs, ich habe es einfach nicht gesehen. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Ja. Digga, der Berg sieht mega krass aus. Ob man da rauf kann? Weiß nicht, wollen wir da mal hinlaufen? Ich glaube, da kann man nur rauf mit Schneeschuhen, Alter. Digga, guck mal, da vorne sind Häuschen. Oh ja, lass die anzünden. Hast du, ja, ich habe Mollis. Ich habe so eine Fackel noch, glaube ich. Ich hätte gerne noch ein paar Schildkröten, ja. Lass gucken und wie hier, wo bist du? Ich bereite mich vor. Digga, können wir deren ganzes Scheißdorf... Na, das ist nicht, glaube ich, gar nicht mal deren Dorf. Deren Dorf, so wie Farid. Ey, hier sind... Ah, hier sind Zelte. Hier können wir auch speichern. Die Zelte habe ich schon mal woanders gesehen. Im Wald war auch so ein Lager. Hier stehen überall... Alter, hier stehen richtig viele. Boah, Digga, hier ist ein... Ist das ein Kind? Der Leiche auf jeden Fall. Oh, ich würde es sehen. Äh, da hinten. Ja, genau da. Wenn du jetzt nicht zu mir läufst. Hier ist noch Boos. Ja. Wo denn? Das hier, oder was? Ja. Na, ist einfach ein gammeliger... Alkoholiker. Aber da fehlt der Kopf. Ja, den hat er sich weggeschossen mit Alkohol. Mal sehen, ob wir hier so einen Topf vielleicht finden. Ein Topf wäre geil, ja. Ich habe hier ein Macbook gefunden. Ja, hier stehen mehrere. War es das Pro? Ich weiß es nicht. Sonst will ich es nicht haben. Guck mal. Wo bist du? Guck mal hoch. Alter. So, lass mal... Hier sind, glaube ich... Also, in den Zelten sehe ich gar nichts. Also, bei den Zelten kann ich nur speichern. Ah, warte mal. Vielleicht kann man einen Baum drauf fallen lassen. Das wäre lustig. Ja, probier. So, jetzt fällt er. Hat nichts gebracht, ne? Nö. Lass mal hier an der Küste weiterlaufen. Das hört sich aber geil an, dieses Knacken, ne? Ja. In deinem Umfeld. Oh, ich habe vorbei geaimt. Alles gut. Von aiming her. Boah, das war ein Mega-Jump. Ich habe es gesehen, gerade in dem letzten Moment. Ist ein bisschen Low-Gravity hier auf jeden Fall, ne? Ja. Boah, es sieht nice aus hier. Hier ist eine geile Gegend. Oh, da trinke ich mal einen Schluck. Digga, weißt du, welcher See das ist? Ja, von den anderen. Ja. Ich kann hier nichts trinken. Das ist ein bisschen glitchy. Manchmal ist das an ganz bestimmten Stellen am Rand. Lass mal hier rumlaufen. Da hinten ist jemand. Siehst du den? Ja. Ich nehme mal meinen Bow in die Hand. Jetzt schieße ich ihm in die Rübe. Hier ist ein Schildschwein. Mit Vorhaltewinkel. Oh, trotzdem nicht genug. Stimmt, stimmt. Geil. Und ne Möwe. Und da rechts ist noch ne Schildkröte. Hey. Was ist denn das hier? Dir Federn, wenn du willst. Warte. Vier Federn? Oder hier? Hier waren Federn, ja. Liegen die? Dann sag doch, die Vögel abschießen, dann kriegst du Federn. Nimm mal hier den Panzer. Ja. Und ihr Jungs, ne? Kommt, macht's gut. Ach, da hast du ja. Hier. Das ist das nächste Mal. Ja. Wenn wir die Reste eurer Familie holen. Wo ist der Typ hin? Der ist hier links irgendwo gelaufen. Du mit deinen Schneeschuhen hier so richtig am rumfliegen. Da ist er am Strand. Warte, ich will auch Pfeil und Bogen. Ist er weit weg? Wollen wir ihn chasen? Wir probieren mal, wie weit der Pfeil fliegt. Ist kein Speed Pfeil. Der läuft hier im Kreis, ne? Ja. Hier ist dein Pfeil. Hoffentlich hat er kein Funkgerät. Hier ist dein Pfeil. Egal, ich glitsche hier neu. So, jetzt erschieße ich ihn. Oh, vorbei. Ich habe auch guckt. Man muss echt weit vorschießen. Jetzt hat er uns bemerkt. Oh, sauber. Er hat doch einen kassiert. Er haut ab. Ah, shit. Dicker, hinter mir ist einer. Okay, ich nehme die Axt in die Hand. Ich auch. Das ist so eine nackte, Alter. Wo kommen die denn auf einmal her? Der Spier ist tot. Okay. Die ist weggerannt. Nimm dir die Pfeile. Und lass ihn kaputt. Ich glaube, ich sag auch, hack ihn direkt. Das Beste, was passieren kann. Beste Tag seines Lebens. Ja, da fliegen die Beine. Und die Goofies. Ich will die Goofies. Hey, ich hau immer irgendwo anders hin. Ich will so nicht. So, jetzt fliege ich ihn dann halt. Pass auf, gar nicht. Der Schädel. Jetzt. Warte, noch einen. Flaken. Ja, aber. Und der Vogel hat sich draufgesetzt. Ich sehe das gar nicht. So, lass mal gucken, ob wir die Olle noch irgendwo wiederfinden. Aber lass in diese Richtung weitergehen. Das Ding ist ja, der andere ist ja weggerannt, oder? Oder kam, da unten ist einer links wieder. Das war doch der. Oh, da ist noch die Olle, die blutverschmierte. Ich sehe ihn jetzt beide. Lass sie weghämmern. Oha, Digga, sind hier viele auf einmal. Digga. Alter. Ich habe den ganzen Stamm aufgeweckt. Alter, ich nehme mal die Axt in die Hand. Ja. Digga, guck mal, die formieren sich da. Oh. Da schieße ich doch nochmal drauf. Habe ich bestimmt einen. Nee, zu weit weg. In Höhe. Nee. So, die Olle ist links rumgegangen. Die ist da hinten wieder irgendwo. Ich setz mir noch kurz Pfeile. Nicht, dass die gleich leer sind. Du atmen ist ganz schön schwer hier im Spiel. Oh ja, ich habe auch Hunger, Durst. Mach ich denn da Medikamente nehmen. Komm, lass erstmal ein Stück weiter. Lass ein Stück weiter und dann können wir... Du kannst auch Snacks nehmen. Snacks? So, das. Diese... Hast du keine Schokoriegel und sowas? Ja. Boarfresh, small, generic meat. Unter den Schädeln sind die bei mir. Ah ja. Snack. Ja, das war gut. Okay. So, komm, lass mal hier weiter. Lass mal da hinten nochmal auf die Dinger rauf. Einmal um den See und dann nach Hause. Dann können wir es auch belassen für heute, oder? Genau, dann will ich auch ins Bett. Wie spät ist das? Kurz, also viertel nach null. Alter. Viertel nach zwölf. Geht schon schnell rum immer. Ja. Was schwimmt da im Wasser? Sind das Fische? Warum hängen die so an der Wasseroberfläche? Die habe ich auch schon mal gesehen. Als wir mit den anderen gespielt haben. Mega, guck mal das hier. Was sind das für Gebäude hier? Das ist ein komisch gewachsener Baum, würde ich sagen. Was ist das, Alter? Kann ich nicht kaputt hauen. Da unten sind ganz viele Koffer. Oh ja, da gehe ich hin. Oh, hier oben. Ich fange mit denen hier oben an. Digga, hier ist ein Krokodil. Dann genau der Digga. Die Koffer sind aber unter Wasser. Den kann ich nicht kaputt hauen. Okay. Wollen wir das Krokodil zirten? Ja. Wo ist es denn? Hier oben irgendwo hat er was. Bisschen weggegangen. Ach hier. Alter, das ist direkt vor mir. Ah ja. Hau ihm in den Arsch. Der ist schon hinüber, oder? Nein. Ach so, ich habe jetzt was getrunken, Alter. Freutliches Krokodil. Ey, der haut ab. Schön, du hast ihn, ne? Ja. Glaube ja. Ich haute ihn. Ey, Alter. Hier, guck mal. Das sieht geil aus. Was für einen Skin haben wir denn da jetzt bekommen? Kann man damit was machen mit dem Krokodil? Aber vom Krokodil kriegt man auch einen Lizard-Skill. Kannst du mir den geben? Was? Man kann ihn irgendwie kombinieren. Da haben wir gesehen. Ich weiß nicht mehr, womit. Irgendwas. Ja, genau. Leaf. Leaf und Lizard-Skin gibt Stealth-Armor. Okay. Warte. Probier das mal. Hier ist ein Gegner. Hä, wieso? Ich kann das nicht, ich kann das nicht da reinpacken. Also, ich kann es nicht da reinpacken. Okay. Dann probier doch selber das zu craften. Was soll ich machen? Leaf und Lizard-Skin. Leafs, okay. Aber er braucht mega viele Leafs, ey. Hier sind zwei. Oh, geil. Drei. Digga. Ich brauche diese. Ja. Wer ist auf den Typen, ey. Sauber. Der wird nicht. Hat er CDs um den Hals hängen? Der ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Ich glaube DVDs sind das. Ich habe Goofies eingesammelt von ihm. Ich haue ihn erst mal kaputt jetzt. Er schießt seine Frau noch tot. Ich treffe sie nicht, ey, auf die Entfernung. Uh, der sitzt im Kopf. Hast du einen Headshot? Ja, aber jetzt kommt sie angerannt. Thomas, how you doing? Ich schlachte ihren Mann hier. Wie kommst du hier? Ah, alter. Digga, sie hat einen Teil im Kopf. Ja. Den habe ich hier verpasst. Da fliegen die Doofies, alter. Ja, die Zähne, stimmt. Kriegt man die? Wenn du ihr ins Gesicht schlägst. Oder so, guck. Sonst kriegst du noch etwas mehr als die Zähne. Alter, hier ist... Hä? Was war ich, glaube ich? Sorry. Alter, wie blutverschmiert die Schlampe ist. Oh, ich kann keine Arme mehr tragen. Ist hier einer? Hier, ist hinter dir. Was ist die Wache? Komm, wie geht die Fick jetzt zusammen? Der viele Zähne um mich jetzt. Und den vergliert er auch, die Goofies. Ich habe wieder ordentlich gesammelt. Hier ist noch irgendwo einer gleich wieder. Lass mal... äh... ...da oben... ...gleich gucken. Siehst du da links diese... ...roten Felder da am... ...am Hang? Warte. Warum zerschlägst du sie? Um Goofies zu kriegen. Ne, die Goofies kriegst du, glaube ich, nur während des... ...während des... ...Kampfes. Um Goofies zu kriegen. Da ist eine Olle. Ich habe nur fünf Stück. Hat die auch Goofies? Ja. Ich warte, ich versuche sie in die Visage zu schießen. Ei. Na komm her. Ist nackt. Ich will deinen Arsch. Oh. Ich glaube, ich habe dich getroffen. Ah. Ein Goofie. So. Bin ich eigentlich auch Blut verschmiert? Ne, weiß ich nicht. Ich bin es auf jeden Fall. Ich muss mich gleich duschen. Ich sehe die Goofies gar nicht. Ah doch, da oben. Ich habe acht Goofies. Die kannst du an deine Axt dann machen. Okay. Mit... ...dem Saft aus den Bäumen. Wie heißt dieийsch werden? Ich darf sie genau nicht. Jetzt. So, aber wie, equip, aber wie, ich kann die doch noch, das haue ich rein, den Sub und Goofies, ne? Ah, okay. Jetzt habe ich Zähne dran, Alter. Vorher war irgendwas anderes. Ah, okay. Was kann man denn noch dran machen? Digger, sieht das aus und zwar aus. Warte. Oh, noch einer. Ja, der hat auch noch einen Kuss. Alter, hier sind viele, pass auf. Ja. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig ficken. Hab ich gerade geschafft. Denk dran, Mads zu nehmen. Oh, ja, ich brauche das tun. Lauf, lauf. Ich laufe auch. Und Teile geschmissen. Und weiter geht's. Ich muss kurz Teile schmeißen. Oh, Digger. Warte mal. Bleib mal kurz da, warte. Ich habe keine Energie mehr, ich muss... Also mein's da, die war. Scheiß. Geil, Alter. Boah, da hat sie direkt... Der andere steht auf. Digger, ach nein, ich habe es nicht angezündet. Warte, lass ihn mal. Lebe noch. Achso, sorry. Geh mal weg. Ich verbrenne ihn. Er steht gleich wieder auf, oder? Alter. Asozial. So, jetzt nach Goofies Ausschau halten. Die haben doch bestimmt einiges verloren. Also ich habe ordentlich Goofies... Warte mal, ich will dir noch meine Axt zeigen. Da sind ordentlich Goofies schon dran. Ich will die Rückseite noch bekleben. Die habe ich noch gar nicht gemacht. Hey, hier liegen gar keine mehr. Sammelt man die automatisch? Goofies? Hm. Nee. Na ja, ich habe noch ein paar, die benutze ich nicht. Meine Axt sieht richtig asozial aus. Guck mal, warte. Kann ich noch mehr machen? Hier. Guck mal, wie sie aussieht. Die ist voller Zähne vorne. Ach, vorne? Hä, wie hast du die da drin gemacht? Du kannst doch ja aussuchen, wo die Sachen hinkommen. Ja, ich weiß, ich habe es bei mir ja so in der Reihe gemacht. Ja, auf dieser Seite, die zu mir zeigt, sind nur zwei drauf. Und auf den Außen schneiden, nach Außen einfach 10, 15 oder so. Aber ich verstehe es nicht. Jetzt kann ich hier noch weiter plus Damage minus Sieg machen. Also genau, du machst... Aber ich kann nicht nochmal craften. Oh, ich bin tot. Ich brauche Hilfe. Warte, ja. Ich schlache ihn kurz. Boah, lass da zurück und speichern, Alter. Warte, ich muss... Ist er tot? Ja. Der hat auch Goofy's gelassen, Alter. Danke dir. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Dann schmeiß ich nochmal hier ein paar Tabletten. Da ist man in seinem Inventar und wird so hinter Rücksweg gemordet, ey. Ja, hat Spaß gemacht. Das zurück, Alter, wird dunkel. Ja. Guck mal, der fackelt immer noch hier. Oh ja. Ah, nee, das... Oh, Digger! Ja, das hat Paun, Alter. Ja. Ich weiß auf den. Das wäre kein Ende mit den Jungs. Digger, ich weiß nicht. Sehr unfreundlich. Pass auf, komm. Hör auf, der ist ja immer noch. Hier liegen noch Sachen. Wo bist du? Ich bin direkt hinter dir. Thomas, are you still watching? Let's recover. Und weiter geht's. Boah, Alter. Bei mir ist es jetzt einfach stockdunkel. Na, es wird richtig dunkel. Warte, ich kann die Fackel anmachen. Ja, mach. Der falsche. Upgraded Stick. Ist das verkehrt? Gegen war das noch eine Fackel. Buch dran machen. Jo. Ich glaube, der war einfach alle. Okay, warte, ich will es auch machen. Damit können wir die auch schlagen, oder? Ja, man kann sich zumindest verteidigen. Mit Rechtsklick kloppt er. Da unten am Strand sind ordentlich wieder welche. Lass hier oben über den Hügel laufen. Wir haben sogar Lampen, ey. Der Elektrizität mächtig. Einer hat doch einen Scheinkegel vor sich. Seh ich nicht. Hä? Alter, ich hab Angst. Drei Leute vor uns. Da links sind drei, ja. Wollen wir jetzt? Laufen. Boah, der geil, die brennen, Alter. Und der verliert 10. Was will man mehr? Ich bin mega weit weg geflogen. Ich finde seine Guffis nicht mehr. Ah doch, da sind sie. Lass sie zu Ende brennen, oder? Hä? Lass sie zu Ende brennen. Meine Fackel ist aber kaputt gegangen. Ja, die geht irgendwann aus. Oder ist das komplett zerschlagen? Hier ist komplett kein Dings mehr. Keine... 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 ...Fackel mehr. Ja, genau. Da musst du noch ein Tuch dran wickeln. Schlechter Moment. Okay, warte. Du beschäftigst dich. Dann mach ich nochmal neu. Digga, wie verbrannt die aussehen, ne? Na, widerlich. Und trotzdem weiter kämpfen. Ja, so. Jetzt lass nach Hause. Wo sind seine Kollegen auf einmal? Haben Schiss bekommen. Komm, du Lila. Digga, was machen die für Geräusche? Digga, siehst du da rechts ist dieses... Ja, da sind die Faun, Alter. Digga, und noch was anderes. Alter. Einfach lass sprinten. Ja, wir müssen jetzt zu unserem Haus gehen. Nach rechts irgendwo, ne? Ja. Bist du hinter mir? Ne, ich bin vor dir. Du bist hinter mir? Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Bist du unten am Berg? Ja. Okay, ich seh dich. Muss kurz Stamina machen. Hab kaum noch was zu essen. Hast du nicht noch ein paar... Will ich jetzt nicht aufbrauchen, wenn wir eh nach Hause gehen. Aber ich glaub, ich hatte auch keinen mehr. Boah, das war ne aufregende Nacht. Alter. Ja, auf jeden. Digga, irgendwas? Achso, bei uns brennt noch irgendwas. Hast du den Herd angelassen? Ja, scheiße. Der Herd ist an. Bis oben links gelaufen, ne? Ein Glück, ey. Das sieht doch vertraut aus. Ja, ich will nochmal gucken, ob irgendeiner der Stelle... Wir könnten uns ja auch ein Haus direkt da bauen, ne? Wo? Wo? Also, da wo wir gerade waren. Noch ein zusätzliches. Ja. Muss mich nochmal kurz waschen gleich. Guck mal, was da alles draufliegt. Wollen wir uns noch ein paar von diesen asozialen Stämmen bauen dann. Nächstes Mal, die wir um unserer Lager rum machen, diese... Weißt du, was ich mein? Da, wo die... Wo man die Gliedmaßen draufsteckt. Ja. Ich werde nochmal gucken, wie viel Pfeile habe ich. 27. Da müssen nochmal drei her. So. Und Goofies. Da kann ich nochmal... Ein bisschen Tricep. Und Goofies. Noch ein bisschen basteln. Ja. Aber ich kann irgendwie keine mehr drauf machen. Goofies? Doch, du kannst die doch auch noch drehen, die... Die Axt. Ja, aber ich habe zu viele drauf, glaube ich. Wie viele Goofies hast du denn drauf? Ich habe... Warte. Na, so viel wie ging, ne? Weiß ich nicht. Ich habe 17 Zähne da drauf. Ah doch, ich kann wieder welche. Ne, ich kann nichts mehr machen. Ist Maximum. Wie viele Zähne hast du denn? Kannst du das sehen? Eins, zwei, drei, vier... Ne, du kannst im Inventar, wenn du Inventar drückst und draufmach, zeigt dir dir, wie viel Zähne... Wie viel Federn und wie viel... 23 Zähne und 7 Federn. Okay, ich habe nur... Oh, warte mal. Aber ich habe noch 20 Zähne. Ernsthaft? Kann ich ein paar haben? Ja, ich tue sie dir aufs Tablett und dann sind es 100. Ne, das geht nicht mit 10, glaube ich. Ne, die muss ich einzeln da drauf. Warte, ich probiere trotzdem. Na, bleiben 20. Wo bist du? Im Haus. Warte mal, ich will den noch so. Hast du genommen jetzt? Warte, ich habe nur eben meine Axt. Warte, da nehme ich die Zähne jetzt. So, einen habe ich jetzt. Ne, 10, geil. 10, 10 Zähne. Machst du nur Zähne drauf? Ne, ich habe auch Federn. Ja, ich hätte die Dinger auf die andere Seite basteln sollen. Halt, so sehe ich es hier selber gar nicht. Was ist die Zähne? Ja. Sind jetzt nur außen auf meiner Axt. So, meine Axt ist jetzt, glaube ich, auch voll. Also, ich habe jetzt... Na, 30 Dinger kann man drauf machen, ne? Insgesamt 30 Sachen, ja. Ich habe 6 Federn, 22 Zähne und 2 mal Alkohol. Alkohol? Ja, ich habe 2, 4... Ach, das macht Blocken besser oder was? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe 5, ein bisschen mehr als 5 Speed, 6 Damage und 2 Block. Das ist doch gut. Ich habe 5,5 Speed und... Ne, 6,5 Speed. Ach, stimmt. Du hast mehr Federn, ja. Ne, 5,5 Speed und 5,5 Damage. Okay. Ich habe 2 Block. 2, 4... Ich habe fast 6 Damage. Das ist krass. Und etwas mehr... Guck mal, siehst du wie die Zähne vorne an meiner Axt? Richtig asozial. Ja, Mann. Auf beiden Seiten. Die würde ich gerne mal ins Gesicht bekommen. Die reißt mega Löcher. Aber in dem Moment, wo ich nicht damit rechne. Ja. So. Wollen wir schlafen und dann speichern oder jetzt speichern? Einfach nur. Achso, du musst ja nur speichern. Ja, ich speichere jetzt. Würde ich sagen. Okay. Achso, falsche Taste. So, fertig. Ah, geil. Man kann ja die Axt auch noch dementsprechend wieder auseinandernehmen, theoretisch. Und neu von mir. Da kannst du alles, was dir wichtiger ist. So. Ja. Aber es muss dann ja auf jeden Fall der Alkohol für die Dings sein. Für die, ähm, für einen Block. Ja. Dann scheiße ich da drauf. Block ja nie. Nö, ich auch nicht. Alter, aber wenn ich blocke, sehe ich alles, was drauf ist. Oh ja, auch richtig nah. Hey, ich hab irgendwelchen... Sieht dein Griff auch so aus, als wenn da was rüber gespannt wäre? Rüber gespannt? Ja, so kleine... Also bei mir ist am Griff... Nee, dein Griff sieht anders aus. Guck mal, wie mein Griff aussieht. Siehst du, dass diese kleinen... Nee, bei mir sind auf meinem Griff so kleine, dünne, schwarze Fäden überall drüber. Das ist einfach so ein Muster im Plastik oder im Metall. Nee, auch vorne, ganz vorne. Da, wo es glattes Metall eigentlich ist. Da sind was drüber? Da sind wie so schwarze Fäden rumgespannt. Nee, sehe ich nicht. Okay, vielleicht ist das... Warte mal. Kann ich das so machen? Hier, nimm mal. Was war das? Meine Axt. Achso. Wurde ich jetzt zwei? Ich glaub, die ist jetzt weg. Das glaub ich nicht. Hast du sie noch? Ich hab sie nicht mehr. Ich hab sie auch nicht. Gut, dass wir gespeichert haben. Hey, du hast sie doch genommen gerade eben oder nicht? Aber sie ist wahrscheinlich im Inventar. Auch nicht auf der rechten Seite oder so? Nee. Ja, dann lass mich mal deine Axt nehmen. Ja, und das hab ich keine. Nee, wir haben ja gespeichert. Ich will nur mal gucken, ob die dann... Ob ich dann überhaupt eine hab. Ja, ich hab eine. Ich hab keine mehr. Hä? Aber ich hab die 6, 22, 2. Ich hab meine, ja. Okay. Ist wohl auch ein Glitch, aber in die andere Richtung. Hä? Dass Sachen verschwinden. Oh, egal. Ich drück Alt F4 Games. Alt F4 Games. Alt F4 Games. Gut, Habibi. Er ist ja, was auf der Fall. Und was ist Three. Ich kann auch nicht so �ów, was in da. Und dann wissen wir, was wir beiitors.